So, Nadja kriegt heute einen Twist wieder, so schön. So sieht die Nadja aus heute, du kannst dich ja ein bisschen nach rechts oder nach links drehen und dann, ja genau, genau, danke, gell, dass du da warst und bis zum nächsten Mal Nadja, viel Spaß, Dankeschön, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020